Hallo, wir sind Anja und Thorsten und bald zu dritt und suchen ab April eine Wohnung in Herrenberg oder um Herrenberg herum. In Kuppingen, Eningen, Gärtringen, Nufringen, Hulp, Avstädt, Gülstein oder Hassler. Und das sind wir! Gitarrendoktor, so nennt man ihn hier, ist die Gitarre mal broken, repariert er sie dir. Seitenlage einstellen oder Bünde abrichten, dazwischen arbeitet er am Neubaugeschichten. An alle Häuslebesitzer, ob Baumhaus oder Chalet am See, ob Bauernhof oder Iglo im weißen Schnee. Wir suchen gemeinsam ein neues Zuhause und erst wenn wir fündig sind, machen wir Pause. Sie hat doch ne Werkstatt und baut fürs Theater, Möpfe, Aliens, Biester oder nen süßen Kater. Auch Bühnenbilder und Kostüme, das macht sie gern und ihre YouTube-Tutorials kannst auch du was lernen. Ab 75 Quadratmeter, das wäre fein, 300 Zimmer könnten schön für uns sein. 1000 Euro waren, das wär unser Preis, ihr seht, wir suchen keinen Scheiß. Hansgitars.com ist die Adresse für feine Gitarren und edle Bässe. Und bei Puppenschuppen.net kannst du sehen, wie tolle Theaterfiguren entstehen. Ab 75 Quadratmeter, das wäre fein, 300 Zimmer könnten schön für uns sein. 1000 Euro waren, das wär unser Preis, ihr seht, wir suchen keinen Scheiß. Ab 75 Quadratmeter, das wäre fein, 300 Zimmer könnten schön für uns sein. 1000 Euro waren, das wär unser Preis, wenn noch ne Werkstatt mit dran wär, das wär heiß. Ach ja, und Tiere haben wir keine, auch bei Zigarettenrauch ziehen wir Leine. Die Schufa hat nur Positives über uns geschrieben, wir sind immer pünktliche Mietzahler geblieben. Helft uns zu finden, gebt uns einen Tipp. Jeder Hinweis, der zur Ergreifung einer Wohnung führt, wird mit einem schicken Abendessen bedankt. Die Schufa hat nur Positives über die Schufa hat nur Positives über die Schufa.